Siebtes Rennen und es hat sich uns ein neuer Mitspieler angeschlossen. Jan Rasmus ist dabei. Schön dich wiederzusehen, war ja auch in MKW öfter dabei. Und jetzt in Mario Kart 8 ist das auch ganz nett. Und damit wäre dann auf jeden Fall klar, dass offenbar doch mehr Leute an dem Turnier teilnehmen als nur ich, Lampdown, Mio. Zumal Mio ja jetzt schon eine ganze Zeit lang nicht mehr da war. Also entweder hat er keinen Bock mehr oder er ist wirklich in einen Raum gelandet, wo noch mehr Leute fahren. Aber ich weiß nicht, wie ich diese Kurven mit Pause anfahren soll, dass ich auf dem Schleuniger komme. Also er ist schon ein bisschen schwerfällig von der Lenkung, muss man schon sagen. Aber ich habe mir jetzt angewöhnt, Fragezeichen, nicht mehr mit Leichtgewichten zu fahren. Ich hatte letztens ein Rennen, da bin ich einfach zu Sydney in den Raum gejoint und hatte gedacht, ich habe mal mit dem ein bisschen Spaß. Und auf einmal kommt dann alles reingeschneit, was es so gibt. Trizer kommt rein, Schnubbi kommt rein und ich glaube, Pikaschnu war dabei und weiß der Geier, wer noch alles. Also war der Raum dann ziemlich voll mit lauter Leuten, die man kennt. Und ich hatte den Eindruck, ich bin damit im Leichtgewicht gefahren, dass Trizer mich nur ansehen muss mit seinem Schwergewicht. Und dann fliege ich schon irgendwie ins Grünzeug. Tatsache ist allerdings, da habe ich mich verschätzt. Also er musste mich eigentlich gar nicht ansehen, damit ich ins Grünzeug fliege, sondern er musste nur irgendwie in der Nähe sein. Das hat schon gereicht. Also es ist wirklich eine Katastrophe. Als Leichtgewicht wird man dem Spiel richtig fertig gemacht, habe ich den Eindruck. Man hat nicht die Geschwindigkeit, die fehlt absolut, das fällt auf. Und ja, man kommt gut um die Kurven rum, gut wie du. Das bringt aber überhaupt nichts, wenn man von jedem Schwergewicht, das da ist, irgendwo in die Wallachei gepumpt wird. Also, ja, also wie gesagt, Try musste nur irgendwo in der Nähe sein, dann habe ich schon irgendwo im Grünzeug gestanden. Das fand ich nicht so witzig, ne? Andere Richtung trifft ein Baus. Du bist ein Depp. Trifft ein Falschrichtung und versaut sich so noch das Rennen. Juh, und Banane! Ja, wenn ich schon nicht treffe. So ein Scheiß, ne? Das ganze Rennen ist gut gelaufen, dann mache ich am Schluss einen kleinen Fehler und vorbei ist es. Traurig, traurig. Okay, die Strecke habe ich ausnahmsweise tatsächlich gewählt und, äh, ja. Da zwei von drei Leuten den Royal Raceway gewählt haben, war die Chance recht hoch, den auch zu kriegen. Und darüber bin ich sehr glücklich, weil wir erinnern uns zurück an das Fichteichturnier vor zwei Wochen. Da war es ja so, dass ich ständig den Royal Raceway gewählt habe und er kam nie dran. Nie. Nicht ein einziges Mal. So, ich finde da sehr schön, dass dieser Morten, dieser Computermorten, jetzt hier vorne wegzieht. Nur weil, weil das schafft einen Weg dran, aber, wow, okay. Ja, aber was soll ich dazu sagen? Es scheint so zu sein, dass man in solchen Situationen immer in die Items vom Vordermann reinfährt. Warum auch immer. Ja, ich wusste, dass ich keine Munzen holte, hätte ich mir sofort. So, schön, dass Lamm da jetzt keine Roten mehr hat, aber da vor drei Grüne. Also, wenn ich jetzt einen Goldpilz gekriegt hätte, dann wäre die Welt in Ordnung. So, und jetzt? In der Hoffnung, dass ich gleich nochmal drei Stück kriege. Oder irgendwas Vergleichbares, weil wir wissen, am Ende der Bahn kann man extrem gut abkürzen. Ja, wenn man, wenn man eine Super 8 kriegt, zum Beispiel. Warum kriege ich den Scheiß-Stern nicht? Ich habe jetzt jedes Scheiß-Item aktiviert, außer den Münzen und dem Stern. Also, die einzigen, die interessant für mich gewesen wären. Ja, also, die, die ich gebraucht hätte, die habe ich nicht gekriegt. Super. So muss das sein. Hallo Morten. Schieß deinen roten Panzer. Schieß deinen roten Panzer. Nicht auf mich. Schießt er auf mich. Oder auch nicht. Okay, in dem Fall geben wir ein bisschen Gas und versuchen nochmal, Lampfe einzuholen. Oh, verdammt. Ja, das passiert, wenn man auf die Karte guckt, ne? Klarer Fall. Also, auf die Karte gucken ist absolut tödlich, dann fährt man halt mal ein bisschen Offroad. So, den dritten kriegst du auch noch. Weil, ich muss dich ja irgendwie einholen. Uh, schön, du kannst keinen Alpen haben, dann geben wir gerade noch einen. Entschuldige, Lampfe, dass ich so böse bin. Aber ich muss. Ich habe doch keine Wahl. Jetzt habe ich sie auch noch überfahren. Also, wunderbar, aber sie wird noch Zweiter. Dann ist ja okay. Entschuldige, dass ich dir das ganze Rennen gerade versaut habe. Aber, äh, wenn das Spiel schon meint, es muss mir vier rote Panzer hinteneinander geben, dann kann ich nicht anders. Da konnte ich mich jetzt auch nicht mehr zurückhalten. Und es ist, ja, man kann es nicht abwehren. Rennen Nummer neun. Und das heißt, der Raum wurde mal wieder gewechselt. Und ratet mal, mit wem ich im Raum bin. Ich gebe euch einen Tipp. Fängt mit L an, hört mit Amp da auf. Also, wie dann nur wir beide. Ähm, ja, ist halt wirklich problematisch, wenn halt, wie jetzt hier, WM-Spiel ist und so. Und dann halt, ja, dummerweise alle lieber Fußball gucken, statt mitzufahren. Dann ist es halt nicht die große Auswahl hier, ne? Ähm, aber kommt vor. Ja, und abgesehen davon ist es jetzt auch nicht so tragisch. Das ist ja sowieso nur just for fun, damit man sich montags ein bisschen abreagieren kann. Wobei, äh, ich glaube, wenn der Tag vorbei ist und so weiter geht, wie bisher, dann kann Lambda mich nicht mehr ausstehen und dann ist er auf 180 oder so. Aber da kann ich nichts für. Wenn das Spiel mir wirklich ausnahmsweise mal hier gute Items gibt, dann muss ich die auch benutzen. Das geht gar nicht anders. Von rechts wegen her. Und seht euch das an, wie ich mich absetze. Das gibt's gar nicht. Das ist unmöglich. Das kann gar nicht sein. Das ist doch nicht Mario Kart 8. Ich kenne das Spiel irgendwie ein bisschen anders. Hm. Okay, da kommt jetzt mal ein Brotter und ein Blitz. Jawohl, ja. Gut, aber der Blitz schadet ja allen. Also was soll's. Ich nehme den wie ein Mann. Genau. Und die Kurve nehme ich wie ein Idiot. Aber ist ja egal. Verdammt, ich wollte schon den Stunt machen. Yay. Und ab durch die Münzen. Und dann haben wir wieder 10 Münzen. Ist das nicht schön? Und dann holen wir uns hier noch ein neues Item, weil wir es können. Und das rufen. Oh, nö. Das hätte mal eine Hupe sein können. Hätte ich nichts gegen einzuwenden gehabt. Also ganz im Gegenteil. Ich hab mich gefreut. Und ich merke, wenn ich so auf den Bildschirm gucke und das Lambda mit einem Affenzahn näher kommt. Wie auch immer sie das macht. Wahrscheinlich Pilze oder so. Ähm. Das kann ich aber auch nicht ändern. Oh, du blöder Cheep-Cheep hast meinen Panzer kaputt gemacht. Mensch. Hm. Pause. Du hast noch einen Panzer auf den Rücken. Kannst du den nicht werfen? Das ist, glaube ich, erst das zweite Mal, dass ich durch die Itemboxen gefahren bin. Und gerade noch rechtzeitig in den Itemfliegen, um was abzuwehren, das von hinten kommt. Wahnsinn. Kommt so oft nicht vor in dem Spiel hier, dass ihr jetzt noch bis zu den Itemboxen schafft und euch was holen könnt. Nein. Warum Münzen? Ihr wollt mich doch auf den Arm nehmen. Damit kann ich mich doch nicht wehren. Ux. Und da drüber. Ja, flieg und flieg und sieg. Das reimt sich. Und alles, was sich reimt, ist gut. In dem Fall wirklich. Yay. Das läuft wirklich überraschend gut. Und Lambda wurde sogar noch auf den dritten verbannt. Ist ja der Wahnsinn. Auf, auf zur lustigen Röhrenraserei. Yay. Hoffentlich ist es schnell vorbei. Ähm, ja. Ich weiß schon, wo draus rausläuft. In der dritten Runde liegt vorm Ziel in der letzten Kurve eine Banane oder zwei oder drei oder fünf. Und beim Versuch, den auszuweichen, fahre ich gegen den Busch und werde dann überwohnt. Ja, das klingt nach einem Plan und genauso machen wir es. Hi, Lambda. Tschüss, Lambda. Ja, so war das aber nicht gedacht. Ach, scheiß Schwergewichte, warum sind die alle schwer? Hm. Wow. Und irgendwie bin ich immer nur erster. Das kann nicht sein, oder? Hier ist was nicht in Ordnung. Münzen, Münzen, Münzen. Übrigens, ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber vermutlich schon, weil ich bin ja normalerweise der Letzte, der irgendwas merkt. Aber wenn man durch Münzen durchfährt, dann kriegt man für einen kurzen Moment so ein Auflamm hinten am Heck. So, als würde der Mini-Trop abliegen. Wir wären nur ungefähr 100 Mal schwächer und also. Und ich hatte auch schon immer den Eindruck, seit ich das Spiel hier spiele, dass man schneller wird, wenn man durch die Münzen fährt. Also würde das gut zueinander passen. Acht mal drauf, wenn ich die jetzt aktiviere. Ja, da hat es vor kurzem Moment, äh, bis hinten sind rote Flammen gekommen. Und das heißt wohl, äh, ja, das stimmt so, meine Vermutung. Also, die Münzen geben uns nicht nur eine höhere Top-Geschwindigkeit, sondern wenn man weiter Münzen einsammelt oder durch Münzen durchfährt, dann kriegt man nochmal eine zusätzliche Beschleunigung. Allerdings gleicht es die nicht aus, wenn man stattdessen lieber enge Kurven fährt, so wie ich jetzt hier. So, war wahrscheinlich ein Fehler, die Münzen abzulegen. Äh, Quatsch, die Münzen, die Bananen. Ja, also hier in der Kurve wird nachher eine Bananen liegen und ich fahre gegen die Büsche. Oder ich mache es einfach gleich, dann habe ich es hinter mir. Ich frage mich, wie lange das dauert, bis die Büsche wieder aufgestellt sind, weil in der nächsten Runde sind sie auf jeden Fall wieder da. Da gibt es bestimmt irgendein logisches System, das irgendwie das wieder aufstellt, aber ich verstehe nicht welches. Vielleicht werden die auch einfach nur aufgestellt, kurz bevor man selbst die Stelle wieder erreicht. Und für andere sind die Dinger ja trotzdem noch weg oder so, wenn sie nach mir da drin kommen. Ich weiß nicht. Ähm, ja gut, die wird nicht reichen, um Lampfer nochmal zu kriegen. Also legen wir sie nochmal nach hinten. Dann treffe ich mich wenigstens nicht selbst damit. Ihr glaubt gar nicht, wie oft das vorkommt in dem Spiel, dass ich irgendwas gegen die Wand oder gegen die Decke oder gegen irgendein anderes, wie wenn ich es werfe und dann selbst davon betroffen werde. Das dauert Zustand. Okay, damit kriegen die Lampfer auch nicht mehr. Habe ich mir selbst kaputt gemacht, ne? Andererseits hätte ich mich an der Stelle eben Pilze überholt, wenn es so ist. Yay, ich stirb an meinem Boomerang. Ja, da hätte mir ich nur noch irgendwie blau oder rot retten können, aber... Man muss ja nicht dauernd durch alten Glück gewinnen, ne? Obwohl es schön wäre. Rennen Nummer 11. Und das auf Vulkan-Grauen. Äh, Grollen, Entschuldigung. Ähm, aber Grauen passt immer noch ganz gut. Mir graut's vor der Bahn, ja. Und, äh, ist irgendwas aufgefallen? Wir hatten verdammt wenige Blaupanzer. Das sind ja Leute, die immer noch behaupten, äh, dass der Blaupanzer genauso oft kommt wie Mario Garnier oder so. Aber das halte ich für ein Gerücht. Weil ich kann mich jetzt nur konkret an einen blauen Panzer erinnern, den wir heute gesehen haben. Und zwar der, der irgendwie Mio getroffen hat und mich vorher noch überfahren hat. Aber ja, äh, ja. Genau. Also, äh, für meine Begriffe ist das selten. Frag mich nicht, was das gerade war. Ich hab keine Ahnung. Irgendwas hat mich weggeschubst, dadurch hab ich nicht die Rampe richtig erreicht und dann ist irgendwie all die Hosen gegangen oder so. Sehr schön, sehr schön. Jetzt was Gutes? Jawohl, ja, so muss das sein. Und da ist ein Problem. Die zum Glück hochgeht, bevor ich da bin. Das ist in Ordnung. Ähm, ja. Also, äh, ich wollte was sagen. Weiß nicht mehr was. Das war was Wichtiges. Blaupanzer. Selten, genau. Selten im Vergleich zu vorher auf jeden Fall. Und dafür sind andere Items viel häufiger. Zum Beispiel, dass mal zwei Leute direkt nebeneinander ein Bullet Bill kriegen und aktivieren. Oder dass zwei Leute mit einem Stern rumfahren, so wie jetzt hier gerade. Oder was weiß ich was. Also, die Items sind schon extrem gestört im Vergleich zu früher, finde ich. Hallo Jan. Ich würde gerne an dir vorbeifliegen. Lässt du mich vorbeifliegen oder schießt du mich jetzt tot? Ux. Anders geplant gewesen. Ich schwöre es. Bei meiner Unfähigkeit. Ja, das ist was. Darauf lohnt sich's zu schwören. Nein, nein, nein. Oh, da kann man nichts machen, ne? Oh. Du bist hässlich, Spiel. Warum blitzt ihr mich da runter? Das hätte nicht sein müssen. Hätte sogar nur Chance gehabt, damit wieder einzuholen. Irgendwie so. Also, mit dem Blitz. Weil ich auf dem zweiten Platz würde ich ja schneller wieder größer als der erstplatzierte. Aber, nee, da blitzen sie mich direkt in den Abgrund des Spiels. Verderbens und alles ist gelaufen. Yay. Und jetzt machen wir das hier richtig. Zack und zack und Münzen und zack. Und da kommt ein blauer Panzer, der mich nicht trifft. Yes. So muss das. Boah, das landet da schon so weit vorne, das kann ja nicht sein. Nein, nein. Das war gekonnt. Ich hätte noch Erster werden können. Wenn ich fahren könnte, ne? Ich hab doch gesagt, Vulkangrollen ist scheiße. Ich konnte es auf der Wii nicht leiden wegen der Glitscherei. Und ich kann es hier nicht leiden, weil ich nicht fahren kann, offensichtlich. Würde ich nicht so viele Fehler machen, wäre ich Erster, ne? Aber, ja. So ist das Leben. Schicksal.